Willkommen zurück hier bei Banish It Let's Play. Ich müsste das mal andersrum anfangen zu sagen. Bei Let's Play Banish It in unserer wunderschönen Stadt Pixel. Die haben ja in der letzten Folge neu angefangen. Und ich sehe, hier haben wir auch gerade in der Folge einen neuen Einwohner dazu. Wieso? Tut hier ihr bitteschön das hier lagern, wenn hier eure Lagerfläche ist. Muss ich das verstehen? Verstehe ich nicht so ganz. Auf jeden Fall, haben wir diese Stadt hier in der letzten Folge neu angefangen. Weil wir in der ersten Stadt ein bisschen versagt haben und uns die Leute weggestorben sind. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall schon mal, wie man hier sehen, ein großes Kartoffelfeld gemacht. Und was man hier noch sieht, da muss aber der Baum noch weg, habe ich schon angefangen, eine Obstplantage zu machen. Wir werden gleich noch einen Bauarbeiter mit dazu holen, der hier. So. Das verstehe ich aber echt nicht. Warum tut hier hier nichts drauf? Kann ich das irgendwie abreißen? Remove Strukturen. Genau. Und jetzt machen wir nochmal ein größeres hin. So. Uh, jetzt ist da mal was reingelagert worden. Okay. Was haben wir jetzt hier? The Reserve of Stone is low. Ja, da sind auf jeden Fall noch. Und wir machen mal ganz anders. Ich glaube, das hat jetzt eh nichts gekostet, oder? Ich mache das mal so. Nein. Auf Locks is low. Und auf Iron is low. Weil ich nämlich da hier ganz gerne das so haben möchte. Okay. Achso, ich kann das wieder rückgängig machen. Sehr schön. Aber wenn, dann mache ich natürlich diese Fläche hier auch noch. Kann es aber nicht. Okay. Das heißt, ich muss ja mindestens zwei Stück nebeneinander machen wahrscheinlich. Gut. Stein und Eisen is low. Wenn wir jetzt hier mal schauen. Haben wir ja auf jeden Fall hier drinnen in dem Bereich einen Haufen. Siehst du, ich kann hier mal ein bisschen abnehmen. Ah, ich kann da auch schon. Sehr schön. Peach. Fürsige. It does not fine. Wir brauchen ja Stein. Das werden wir mal gezielt abbauen. In dem Bereich hier hinten. So. Und Eisen machen wir auch mal gezielt hier hinten. Wo auch immer was ist hier. Gut. Hier ist ansonsten nichts. Aber hier haben wir noch Eisen. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, ich brauche acht Farmer. Gut. Sobald das hier fertig gebaut ist, brauche ich da sowieso keine Bauarbeiter mehr. Dann können die da die Ressourcen einsammeln. Es ist auf jeden Fall noch Stein da. Wieso legt ihr das bitte schön daneben hin? Da, hier drauf könnt ihr. Das ist... Ich verstehe es nicht. Ihr braucht auch Essen. Klar, weil ihr kein Haus habt, habt ihr auch kein Essen. Ihr habt noch. Ihr baut noch. Ah, Bilder hast da it. Ein... Oh. Klar, weil die kein Essen haben. Deswegen baue ich ja schon das zweite Haus da hier. Das ist aber auch wieder ein bisschen das Problem. Jetzt haben die ja komplett gebunkert. Hier ist nichts mehr drinne, wodurch die das irgendwie holen könnten. Komm, trag es nicht weg. Trag es hier rein. Genau. Gut. Naja, das Dumme ist mir verhungern gerade die Leute ein bisschen. Aber auch nur die, die jetzt gerade kein Dach über dem Kopf haben. Ja genau. Die, die jetzt im Prinzip kein Dach über dem Kopf haben, die sind jetzt gestorben. Gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ist jetzt nun mal so. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder auf die Reihe. Ich brauche auf jeden Fall einen Farmer mehr. Und sobald die da hier oben abgebaut haben, dann nehme ich hier einen von den Bildern zum Farmer. Und der Rest tut dann die Ressourcen abbauen, die mir noch fehlen. Hm. Erntet ihr schon? Es wäre ja wunderprächtig, wenn ihr schon erntet. Ist Friending a Tool 27? Eisen haben wir auf jeden Fall noch. Oh, jetzt habe ich das Ding da oben wieder weggeklickt. Gut, das heißt, wir sind ja jetzt in, ähm, es bekommen bald der Winter. Die haben zwar noch genug Brennholz, aber was ich auf jeden Fall brauche ist, dass mir Brennholz produziert wird. Da werde ich auf jeden Fall hier hinter mal einen Weg bauen. So. Das ist schon wieder Futter drin. Ne, da steht immer noch von wohin dort. Jetzt baust du ab. Wie viel, wie viel hast du jetzt dabei? 18 Potatoes. Na. Sehr wahrscheinlich werden die, sie das dann gleich wieder bunkern. Gut, und wenn das hier läuft, werde ich hier suchen, da, na, da haben wir einen kleinen Berg. Das wird ja hier noch ein Feld hinsetzen, nochmal ein zu großes. Wie weit sind die? 62 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Lebensqualität beeinflusst, also beeinträchtigt, wenn die alle in so einem großen Haus wohnen. Ähm, ob das hier irgendwie die Entwicklung oder sowas zurückbremst oder sowas, keine Ahnung. Also jetzt im Vergleich zu einzelnen Häusern. Allerdings kann man mit diesen Häusern besser die Ressourcen steuern, die verbraucht werden. Weil da nicht mehr einzelne Häuser sind, die alles bunkern, sondern nur noch wenige Häuser sind, die bunkern. Und dadurch wird es ein bisschen besser verteilt, hoffe ich. Allerdings könnt ihr auch mehr bunkern, das sollte man auch nicht vergessen. Der hat ja wie vorhin über 1000 Potatoes drin gehabt. So, komm, baut mal das Ding da hinten fertig. Oh, ich kann wieder einen Builder bauen. Autosave. Und dann werde ich mal schauen. Hm. Was haben wir denn? Wir haben vier. Und ich bräuchte fünf Farmer wahrscheinlich dann. Einer noch. Einer noch. Okay, das ist zu viel. Das heißt, die Größe können wir machen. Da steht natürlich vier, was vier? Ach ja, die da drinne. Vier Bäume drauf. 76%. Sieht's denn aus. 201 Potatoes. Sehr schön. Nämlich schön, wenn die dann gleich bunkern würden hier. Jetzt frage ich mich allerdings, okay, das sind wahrscheinlich die Kinder, die da auch drin gewohnt haben. Die jetzt erwachsen geworden sind. Also wenn du die Bäume wegmachst, dann tut doch gleich hier die vier Schlachten, damit Essen in die Bude kommt. So, wie weit seid ihr? 93%. 94%. Lass mal das Ding mal hier. Also ich finde dieses Fenstermanagement im Spiel nicht schlecht. Man kann immer Sachen, die man immer mal im Auge behalten will, kann man dann immer so sich hintun. Finde ich ganz gut gemacht. So, ich nehme aber jetzt hier mal ein Bild da weg und tue ihn hier zu dem Fahrmann. So, also für Unterkunft für eine ganze Menge Leute haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal gesorgt. Also wie es aussieht, wenn man denkt, ich habe jetzt hier 400 drin und das halbe Feld ist abgebaut. Das heißt, so 800 kriege ich dann da rein. Also kriege ich pro Ernte weg. So, was haben wir jetzt eigentlich hier hinten alles? Hier hinten können wir dann bald, punkto Fischer, was bauen. Aber was ich auf jeden Fall brauche, wie viel Werkzeug haben wir denn noch? 22? Okay, das hat noch ein kleines bisschen Zeit. Dass wir punkto Brennholz auf jeden Fall was machen. Ihr habt ja noch genug hier. 200, nur die haben dann nichts. Da wohnt jetzt momentan auch keiner drin. So, da wird man doch gleich mal schauen. Also einen Marktplatz will ich auf jeden Fall auch irgendwann mal schön bauen. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wie der funktioniert. Vor allem, wenn man sieht, der hat ja diesen Einzugsbereich. Ob ich dann später wirklich mehrere brauche? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Schulhaus und Sachen, die brauchen wir eh später. Ähm, Woodcutter. Ein Schmied. Genau, den brauchen wir dann. Und den werden wir auch gleich hier ansetzen. Dum 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 dum. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es einen Trick gibt, um das Wachstum der Bevölkerung anzusporen. Noch haben die da hinten nichts gebunkert. Sehr schön. Da waren auf jeden Fall noch größere Bäume gestanden. Also die Farmer will ich jetzt auf jeden Fall nicht abziehen. Farmer, yes. Du hast 23 Potatoes einstecken. Jetzt hast du noch mehr einstecken. 45. Also ihr könnt 100 Kartoffeln auf einmal tragen, wie es ausschaut. Ja, so knapp 100. Also es ist auf jeden Fall ein sehr langwieriges Spiel. Das ist wirklich ein Spiel, wo man eigentlich viel nur drüber schwebt und zuschaut. Und vor allem sich auch überlegt, was so der nächste Schritt wäre. Also für so ungeduldige Leute ist dieses Spiel definitiv nichts. Man kann zwar auch schneller spielen, aber ich weiß nicht. Wenn man schneller spielt, fehlt irgendwie das Ambiente da hier. Wenn die da alle durchs Bildschirm rennen und alles. Das ist irgendwie nicht so... Da habe ich immer so das Gefühl, man verpasst irgendwas. Oder irgendwas ist dann zu schnell. Also die Geschwindigkeit so ist schon angenehm. Zumindest was das Spiel an sich angeht. Allerdings passiert dann halt auch nicht viel in der Zeit. Deswegen habe ich ja auch schon mal in den ersten Folgen gemeint. Das ist eigentlich eher eine Simulation als irgendein Wirtschaftsspiel oder sowas. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt eine Fischerhütte baue, brauche ich auch wieder einen Haufen Leute. Ich werde jetzt aber hier schon wieder einen Haufen Farmer brauchen. Ich habe ja schon keine Bauarbeiter. Das stört mich ja schon. Aber ich würde ganz gerne dieses Feld hier fertig haben, damit es im nächsten Jahr mit bebaut werden kann. Deswegen gebe ich jetzt mal hier Priorität drauf. Gut, du hölzelst schon mal. Das Feld ist... Wir haben über 1000 Kartoffeln. Sehr schön. Wir haben auch ein Kind mehr, wie ich sehe. Wir hatten vorhin 6, jetzt haben wir 7. Also momentan geht es noch gut voran. Die Leute sind glücklich. Gut, das Feld ist auffällig. Dann machen wir jetzt natürlich Potatoes. Ich kann ja auch nicht mehr auswählen. Gut. Und ich bräuchte 12... Farmer. Dann gehen wir mal hier hin. Machen wir mal, du hast schon nur 2 von 3. Ach, hier machen wir 4. Gut. Und du hast 4. Das heißt, du hast 3 von den 4. Du hast 3 von den 4. Und du hast 2 von den 3. 3, 6, 7, 8. Okay, das verteilt sich gleichmäßig, okay. Ja, das passt. Allerdings wäre es nicht schlecht, wenn man irgendein Feld, gerade das ist ja ein anderes Feld, wie das da hier, irgendwie Priorität geben könnte. Allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt was bringt, ob diese Pfirsiche mehr den Hunger stillen als die Kartoffeln. Wie weit bist du? Baum ist gefällt, Holz kriegt es noch. Holz hat es... Ne, das waren Steine. Das sind dann auch nochmal Steine, 2 Stück. Gut, Holz und Steine haben wir voll. Jetzt können sie bauen. Werkzeug 21 geht auch noch. Ey, hier liegen vor allem auch Kartoffeln rum, ne? Es wäre schön, wenn ihr die mal irgendwie einsammeln würdet. Wäre sehr... Wäre very nice. Very nice. Was haben wir noch an Brennholz? Habt ihr 195? Sehr schön. Jetzt weiß ich gerade nicht, wenn ich Weg baue, brauche ich Arbeiter, ne? Oh, da geht es natürlich wieder nicht. So. Auf jeden Fall werden wir hier mal weiter bauen. Gut. Guck, wie es aussieht, brauche ich keine Arbeiter. Das machen wahrscheinlich die, die gerade nichts zu tun haben. 67, 68 Prozent. Gut, das ist das Stein, wo ich dir gesagt habe, die sollen das hier hinten abbauen, ne? Das machen die gerade. Gut, kann nicht schaden. Ich kann auf jeden Fall Steine gebrauchen. Das sind die Farmer. Das ist es nämlich. Wir sind jetzt eigentlich schon... Wir sind im späten Herbst, wie es ausschaut. Und... Das heißt, jetzt wird auch nichts mehr angebaut groß. Deswegen tun dann die Farmer, die... Wohnt ja eigentlich schon jemand drin? Nein. Tun die Farmer, die jetzt nichts zu tun haben, jetzt natürlich da hinten helfen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Allerdings wäre das schön, wenn es hier irgendwie so umspringen würde. Und das ist irgendwie so ein Automatikmodus, dass man sieht, wie viel sind da jetzt eigentlich eingeteilt, automatisch dadurch. So, jetzt arbeitet hier keiner mehr. Äh. Geht jetzt alle da hinten sammeln, oder was? Man merkt schon, die Bäume, die werden schon hier langsam... Jetzt baut es Frauchen drauf. Alter, hier liegen immer noch Kartoffeln. Jetzt wird es Winter. Es wird Winter. Hier in der zweiten Folge in dieser Stadt Pixel. Es ist ja eigentlich... Ich weiß gar nicht, welche Folge das insgesamt ist. Aber es ist ja die zweite Folge in dieser Stadt. Das ist auch der erste Winter in dieser Stadt. Dann werden wir mal schauen, wie wir jetzt hier über die Runden kommen. Der Vorteil eigentlich an dem Haus ist, dass es schon gleich Stein ist, ne? So, du brauchst dann auf jeden Fall einen Woodworker. Ja. Deswegen machen wir hier einen weg. Machen da hin. So, machen wir es erstmal so. Die setzen wir mal zu den Farmern rein. Gut. Oder... Ne, die Farmer machen gerade eh nichts, deswegen mache ich das so. Oder ich hoffe, dass der die Kartoffeln noch einsammelt. Machen wir es mal so. Alter, ich will, dass die Kartoffeln ja einsammeln. Entweder es ist ein Grafikpack oder liegen wirklich noch welche. Landra is working. Was bist du eigentlich? Woodcutter. Okay. Du bist Farmer. Holt Ressourcen. Wie viele Werkzeuge haben wir denn da? 20. Gut. Temperatur haben wir jetzt minus 1 Grad. Das sieht man es. Früher Winter. Also, in diesem Winter, muss ich wirklich sagen, den wir jetzt hier hatten. Was ist denn das? Da war ja wirklich nichts. Also, geschnallt hat es ja nicht wirklich. Kalt ist es, wenn dann momentan nur nachts ein bisschen, dass es mal kurz in die Minusgrade geht. Also, dass man früh mal das Auto freikratzen muss. Aber ansonsten, wir hatten jetzt heute, ich meine, wir bedenken sind jetzt Anfang März. Wir hatten heute fast 20 Grad, also 18 Grad hatten wir. Also, dieser Winter war wirklich sehr warm. Nicht, dass ich mich beschweren wollen würde. Da wohnt noch keiner drinne. Und da wohnen sie drinne. Potatoes, 68. Okay. Brennholz hatten sie 190. Da ist sowieso noch nix. Brennholz produzierst du. Auf wie viel denn? 200. Ja, lassen wir mal so. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist wie bei den Farmern. Wenn die dann nix zu tun haben, machen die andere Arbeiten. Das heißt, die sind dann nicht ganz verloren, wenn ich die hier einteile und so weiter. Ich hoffe nur, dass mir die Lebensmittel reichen. Über den Winter. Was müsste eigentlich hin? Wir haben hier 800. Dann haben wir hier auch nochmal 800. Wir haben 1600 Kartoffeln. Bis zum nächsten Jahr. Gut, dann werden wir mal taktisch ein bisschen überlegen. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben auf jeden Fall Häuser. Okay, brauchen wir erstmal nicht Wege. Brauchen wir erstmal auch nicht. Machtplatz brauchen wir erstmal auch nicht. Brunnen. Schule. Hospital. Also Hospital brauchen wir nicht. Eine Kapelle. Wenn, dann wäre eine Fischerhütte auf jeden Fall interessant. Und hier Heilkräuter. Ich denke mir einfach mal, wenn wir solche Sachen hier bauen, wird das Thema Fortpflanzung ein bisschen angesprochen, weil die Leute glücklicher werden alles. Allerdings bräuchte ich mehr, wie viel haben wir denn da noch? Acht Heilkräuter. Dass wir mal Richtung Heilkräuter eventuell was machen. Ähm. Ähm. Ich habe eine Liste. Das warst du hier. Aber was warst du nochmal hier? Du warst. User the version of roots and bears. Achso. Bären und Dings. Okay. Das wäre eigentlich mal noch eine Idee, ne? Oh. Passt da nicht hin. Das wäre auf jeden Fall noch Lebensmittel. Aber ich möchte gerne mal jetzt was für Gesundheit machen, weil die geht nämlich hier ein bisschen runter. Ähm. Wo habe ich es jetzt gehabt? Da. Ein Herbalist. Könnte man eigentlich auch mal hier hinsetzen. Allerdings möchte ich da ganz... Ne. Setzen wir es da hin. Tun wir mal von den Farmern welche wegnehmen. Die machen gerade sowieso nicht viel. Ich tue momentan ja nur Ressourcen einsammeln. Wir haben jetzt wieder einen Haufen Eisen. Einen Haufen Stein. Wie viel haben wir denn? Firewood. Haben wir 72. Potato 837. Das ist noch voll. Und du hast... Ja, das haut hin. Das müsste hinhauen, wirklich. Bis jetzt scheint ja alles ziemlich gut zu laufen in unserer wunderschönen kleinen Stadt Pixel. Noch ist nicht viel gebaut. Und wir haben auf jeden Fall, wie man schon sieht, deutlich mehr an landwirtschaftlichen Bereich, also Lebensmittel und so weiter gebaut. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt war. Weil momentan können wir uns, was Lebensmittel angeht, nicht beschweren. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall schauen, dass wir die Gesundheit ein bisschen nach oben kriegen. Zumindest abfangen, dass es nicht schlimmer wird. Feuerholz wird gemacht. Das für den Fall, dass es irgendwann knapp wird. Das weiter aus haben wir. Auch wenn noch keiner drin wohnt, haben wir aber zumindest schon mal einen Puffer, wenn die nächsten kommen. Also wenn das Haus irgendwann zu knapp wird. Und das auf jeden Fall. Und hier bauen wir dann noch für die Gesundheit den Herberlist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass im nächsten Mal dann auch wieder der Winter vorbei ist irgendwann. Weil ich hab's lieber grün als weiß. Und freue mich auf jeden Fall. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.